Die Frage, die an uns Christen immer wieder gestellt wird, ist, was können wir über das Übliche hinaus eigentlich noch tun oder auch bewerkstelligen? Im heutigen Markus-Evangelium wird uns erzählt von der Speisung für 4000 Menschen. Die Menschen sind mit Jesus unterwegs, es ist kein Brot da, die Jünger haben ganz wenige und er fragt sie, wie viele Brote habt ihr? Und sie antworteten sieben und Jesus macht alles satt. Noch einmal aber auch die Frage an uns, was können wir heute geben? Natürlich Brot, wir können Zeit schenken. Was können wir noch bewerkstelligen für Menschen, denen es nicht gut geht, die nichts in der Hand haben, wo wir helfen können und gehen manchmal achtlos an diesen Menschen vorüber. Es darf einfach nicht sich eingeschlichen haben bei uns und sich auch nicht einschleichen, dass wir an irgendeiner Not vorübergehen, der wir helfen könnten, wo wir im Stande sind, wo uns aber Kraft und Mut und letzten Endes auch Glauben fehlt. Möchte sie ja dazu anstiften, dass sie einmal überlegen, wo kann ich heute konkret, heute in dieser Zeit konkret einem Menschen helfen und ihm zum Brot des Lebens werden. Gute Gedanken, aber auch gute Ausführungen und dabei auch viel Freude. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bis zum nächsten Mal.